Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was in der neuen Woche auf uns zukommen mag. Hier gibt es die Wochenbotschaft vom 27. November bis zum 3. Dezember. Ein neuer Monat und es ist der letzte Monat in diesem Jahr. Wie ich finde, einer der magischsten Monate der Dezember bringt sehr, sehr viel Heil- und Liebesenergie. Daher, ja, ein ganz, ganz interessanter Übergang, den wir jetzt haben, werden auch energetisch. Und heute starten wir auch mit dem Vollmond im Zeichen Zwilling. Und bedeutet, wir steigen, ja, wohl anscheinend sehr intensiv in die neue Woche ein. Du weißt, es ist eine Kollektivlegung. Bedeutet, du hast die Aufgabe, alles auf deine Themen umzulegen. Das für dich mitzunehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Und solltest du, und das habe ich tatsächlich beim Einstimmen eben durchbekommen, solltest du im letzten Jahr bei mir eine Jahreslegung gekauft haben für dieses Jahr, also für 2023, empfiehlt es sich, wärmstens diese nochmal intensiv anzuhören. Anzuhören und rückblickend durchzugehen. Vieles verstehen wir erst im Nachhinein und das ist keine verschwendete Zeit, denn es holt dich ab im Jetzt. Und das ist das Schöne. Bedeutet, auch da sind dann Hinweise darauf, wie es weitergehen kann. Also eine große Empfehlung und auch jetzt schon möglich, hast du die Möglichkeit, die Jahreslegung für 2024 zu buchen. Schau unten vorbei und natürlich auch die Raunechte mit dem frühen Vogel, der noch bis zum 30.11., ja, den es da noch gibt. Dazu hatte ich mich dieses Jahr entschieden, die Raunechte als Videokurs. Also begleite ich dich durch die zwölf Nächte mit Orakeln, mit Wünschen, mit Ritualen und Bräuchen. Also falls du Lust hast, mit mir gemeinsam die, ich sag mal, Zeit zwischen den Jahren zu verbringen, auch da findest du den Link unten, natürlich auch für Heilsitzungen, spirituelle Begleitung, Coaching oder privaten Kartenlegungen. Schau unten vorbei. Ja, ich möchte mich natürlich auch von ganzem, ganzem Herzen bedanken für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und vor allen Dingen für eure große Resonanz bezogen auf das letzte Video vom Mittwoch, die kommenden 48 Stunden. Und ich habe ja gesagt, ich weiß nicht so ganz, wie es ankommt. Es ist schon sehr, aus einer sehr, sehr spirituellen Brille gesprochen dieses Mal. So ist es durch mich durchgekommen und es freut mich so sehr, dass diese Botschaft viel mit euch gemacht hat, dass ihr die Worte wohlmöglich gefühlt habt und für euch umlegen dürft und dass sie euch begleiten. Also von Herzen vielen, vielen Dank für die so liebevolle Resonanz. Und ich freue mich auf alles, was sich auch jetzt zeigt. Wir schauen rein und starten mit der Wochenbotschaft. Ich beginne mit der allgemeinen Energie, mit dem allgemeinen Thema, was uns jetzt in der Woche begleiten wird. Und im Anschluss gehe ich in die einzelnen Tage rein. Und so verbinde ich mich noch intensiver mit dem Seelenkollektiv, mit all denen, die zuschauen, zuhören. Und mit der Woche vom 27. November bis zum 3. Dezember. Worum geht es? Was ist die Hauptenergie in dieser Woche? Was ist das Hauptthema in dieser Woche? Yes. Potenzial und Freiheit. Ebenso bekomme ich tatsächlich das Gefühl von Geräuschen, als wäre man unter Wasser, als würde man unter Wasser sein und alles wäre so ein bisschen dumm. Mehr Gefühl, höre ich, weniger zerdenken und das Gefühl, jemanden an seiner Seite zu haben. Vertrauen, Liebe und auch hier Hinweis, es ist die reine Liebe und absolute Gewissheit. Das ist etwas, was definitiv in dieser Woche begleitend ist. Freiheit und Potenzial schließt. Du wirst viel mehr erkennen, bezogen auf dein Leben und bezogen auf deine ganz persönliche Freiheit. Vielleicht sogar, was Freiheit wirklich für dich ist. Und dass es an der Zeit ist, sich abzuheben vom Strom. Abzuheben von Gruppierungen, von Machenschaften, von der Masse. In der Dunkelheit wirst du erkennen, was dich ausmacht. In der Dunkelheit, vielleicht sogar, wenn du zu den Sternen blickst, erkennst du die eine große Wahrheit. Deine Wahrheit über dich, über das Leben. Eine neue Tür, die sich öffnen möchte, in neue Welten. Eine Tür, die nie verschlossen war. Doch so viel Unbehagen auslöst. Angst vor Schattenthemen werden weniger, beziehungsweise transformieren sich eher in Willenskraft, Tatendrang und Abenteuerlust. Sei bereit für etwas ganz, ganz Großes. Öffne dich den großen Möglichkeiten. Und wenn du im Tal stehst und hoch zum Berg schaust, hast du das Gefühl, es ist unendlich groß und schwer und unerreichbar. Doch dann setzt du den Blick zu den Sternen und du weißt, alles ist möglich, denn genau dort kommst du her. Wie wir schauen, Freiheit und Potenzial begleiten uns. Freiheit und Potenzial begleiten uns. Worum geht es noch als Hauptthema in dieser Woche? Ja, wundert mich das hier? Nein, wundert mich nicht. Wunderschön. Haben wir noch was dabei? Nein. Was soll ich sagen? Unterer Kartenrand. Neun der Münzen. Die Fülle. Die absolute Fülle. Etwas blüht auf. Du blühst aus. Eine Verbindung. Eine Verbindung auf absoluter Seelenebene. Wie gesagt, die Sterne. Die Sterne haben eine ganz, ganz große Bedeutung. Nimm es für dich mit in dieser Woche. Schau dir die Wochenbotschaft an, in der Mitte, am Anfang, am Ende. Achte auf die Sterne. Vielleicht sind es die Sterne, die du erblickst, wenn du nach oben schaust. Vielleicht sind es aber auch Sternsymbole. Hinweise für dich. Achte darauf. Eine Frau oder ein sehr gefühlvoller Mann. Jemand, der die Reinheit sieht in dir, dein wahres Potenzial. Jemand, eine Verbindung, die in den Sternen geschrieben wurde. Möglich, dass du auch jemanden triffst oder auch getroffen hast, wo du weißt, diese Begegnung ist vielleicht im Irdischen das erste Mal, aber noch lange nicht im Feinstofflichen, im Energetischen. Misstrauen bezogen auf ein Angebot. Großes Misstrauen. Dabei liegt hier die Fülle, sowohl im Emotionalen. Ein reines Angebot aus dem Herzen könnte dich erreichen in dieser Woche und könnte dir zeigen, dass du endlich auch dein Potenzial sehen darfst. Das Potenzial in dir. Während du immer noch dabei bist, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, um wirklich herauszufinden, ob das wirklich passiert oder du geträumt hast. Wirklich herauszufinden, ob du es wert bist. Jetzt passiert um dich herum schon ganz viel. Das Universum arbeitet weiter. Menschen arbeiten weiter, arbeiten mit deiner Energie. Neue Angebote, die auf dich zukommen oder neue Entwicklungen. Das kann sowohl in der Arbeit sein, das kann sowohl im Freundschaftlichen sein, wie auch immer. Man arbeitet irgendwie mit deiner Energie in Form. Man denkt an dich. Man plant dich ein, obwohl es noch nicht ausgesprochen ist. Allerdings bekommst du davon überhaupt nichts mit. Denn du bist noch am Klären, ob du es wert bist. Das Angebot aus reinem Herzen ist, also da, wo du so misstrauisch bist, ist ein Weg in eine neu gewonnene Freiheit. Das Angebot ist rein. Doch die Gedanken dazu, das könnte etwas sein, was dich stutzig macht. Sowohl deine Gedanken als vielleicht auch von das Denken andere, wie auch immer. Aber es könnte hier sein, dass du dir dieses Angebot, und das ist sehr, sehr schön gezeigt hier. Also der Kelch wird dir überreicht, ein Angebot, und das guckst du dir lange an. Das schaust du dir lange an, das Angebot. Da guckst du rein, inwieweit das Wasser in dem Kelch wirklich klar ist oder ob der Kelch vergiftet ist. Hör ich gerade. Okay. Ja, also der Stern steht für Wünsche, für Reinheit, für Befreiung, für das Dahinterliegende. Es könnte für ganz viele um die Seelenaufgabe gehen. Es könnte um eine Verbindung, eine Seelenverbindung gehen. Das ist das Hauptthema. Es geht definitiv um eine Seelenverbindung und um das Potenzial dieser Verbindung. Um das Potenzial dieser Verbindung. Es geht darum, etwas Tieferliegendes zu erkennen und die, ich sag mal, Gedanken, die begrenzten Gedanken beiseite zu schieben. Worum geht es hier wirklich? Fühle rein. Frage dich, worum geht es hier wirklich? Wir schauen in die einzelnen Tage rein. Beginnen mit dem Vollmondtag. Vollmond im Swimming. Dazu gibt es das Vollmondorakel noch. Kannst du dir gerne im Anschluss ansehen. Wir schauen, worum geht es hier am Montag. Jawohl, König der Münzen. Ein R-Zeichen möglich. Jemand, der in einer Führungsposition steht. Jemand, der Einfluss hat. Jemand, der weiß, worum es geht. Könnte ein R-Zeichen sein. Ein Mensch sein, dem Materielles sehr wichtig ist, der aber auch sehr gütig ist mit dem Materiellen. Der genau weiß, was er möchte, Pläne hat und auf Möglichkeiten runter sieht. Das ist ganz spannend, weil wenn man das jetzt hier vergleicht und das könnte hier schon diese Seelenverbindung sein. Muss natürlich nicht. Kann auch jemand anders sein. Aber hier wird sich genau der Kelch angeguckt. Das heißt, die Gefühle, was liegt dahinter. Ist das sicher für mich? Bin ich es wert? Und hier wird der Wert angeguckt. Also, was springt für mich wirklich dabei raus? Worum geht es da? Was habe ich davon? Was habe ich in der Hand? Und beim Wasser geht es natürlich auch eher um das Gefühl. Also könnte es sein, dass diese Seelenverbindung, auf die du triffst, wie ein fehlendes Puzzlestück ist. Und das ist wie zwei Gegensätze, die so unterschiedlich nicht sein könnten, aber wie ein Puzzlestück zusammenpassen und das große Ganze symbolisieren. Denn der, ich sag mal, die Überschrift von beiden ist total identisch. Aber das dahinter nicht. Die Frage ist, inwieweit ist eine Vereinbarung, eine Verschmelzung möglich? Und was ist die Intention dahinter? Klärung zum Montag. Das ging fix. Die Sonne. Es geht hier um Kraft. Neue Kraft tanken, neue Möglichkeiten. Hier haben wir die 31, reduziert sich auf die 4. Die 4 ist die Materie. Es geht hier darum, wieder zu strahlen. Es könnte sein, dass dieser Mensch, der auf dich zukommt, also dieser König der Münzen, entweder für die allermeisten wird es ein Mann sein, für andere kann es eine Frau sein, gerade wenn du hier als Mann zusiehst, gespiegelt. Oder es ist selber deine Energie, wenn du als Mann zusiehst. Aber es geht hier darum, wieder mehr in seine Kraft zu kommen. Ein Leuchten in sich selber wahrzunehmen, die eigene Kraft und Energie ganzheitlich wieder zu spüren. Vielleicht auch durch diese Verbindung, durch ein Ereignis oder generell, dass du die Sehnsucht danach hast, das wieder so sehr zu fühlen und zu spüren. Es geht hier wirklich darum, das eigene Sehenlicht wieder zu spüren. Klärung. Aus dem Gefängnis auszubrechen, aus dem... Sehr poetisch. Aus dem kalten Trakt seiner selbst. Die verschachtelten Gänge in einen, die einen gefangen halten, immer in denselben Gängen zu durchbrechen und wie einer Motte dem Licht zu folgen. Es geht darum, dass du dich, auch hier, befreist. Es geht um Freiheit. Frei wie ein Vogel sein. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig frei gefühlt? Es kann sein, dass dieser Mensch, also entweder bist du es, der etwas rausgibt am Montag oder als, sagen wir mal, Baustein in dieser Woche, dass du etwas rausgibst, was mit Freiheit und Energie zu tun hat, was ausgelebt werden möchte oder was mehr gesehen möchte in deinem Leben. Oder aber du bekommst einen Hinweis, eine Kontaktaufnahme von dieser Person, wo es genau darum geht. Für jeden natürlich ein bisschen unterschiedlich. Wir schauen in den Dienstag. Worum geht es am Dienstag? Wow, der Mond. Da wären wir dann in der Königin der Keich-Energie. Große Arcana, der Mond. Es geht um die Gefühle. Es geht darum, zu erkennen, dass sowohl die Sonne als auch der Mond seine Aufgabe und Rolle haben. Es geht darum, zu erkennen, mehr ins Fühlen zu gehen, weniger in den Worten zu sein. Und sich inspirieren zu lassen von Menschen, von Orten und von Begegnungen und das meine ich sowohl im menschlichen, aber besonders auch im feinstaublichen, was man nicht erklären kann. Tauche mehr in das Gefühl ein, nicht so viel in den Gedanken. Vertraue darauf, dass alle Fügungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort passieren und dass, wie es sich weiterentwickelt, auch einen großen, großen Sinn ergeben. Es geht um die absolute Fülle und Hingabe zu einer Person. Und diese Person, das sehe ich auch hier wieder, Seelenverbindung, Seelenfamilie. Es geht hier wirklich um eine große Verbindung, die absolute Fülle bedeutet. Fülle auf einem, und das meine ich jetzt wirklich auf einem ganz, ganz anderen Weg. Ich meine es so tiefgründig, dass das überhaupt nichts mehr vielleicht sogar mit dem Mensch-Dasein zu tun hat, sondern einfach mit Fügung. Es geht darum, dass du dorthin geführt wirst. Und wir haben hier die doppelten Gefühle. Achte auf deine Gefühle. Achte auf deine Intuition. Was möchte sie dir sagen? Dieser Mensch, worum es geht, und du wirst möglicherweise wissen, worum es geht, vielleicht solltest du es gar nicht wissen, kann es sein, dass du dich selbst sabotierst. Oder aber kann es sein, dass du der Person vielleicht auch jetzt in der Woche oder an diesem Tag begegnest. Oder einer Wiedervereinigung stattfindet. Es geht um die Wahrhaftigkeit des Seins und der Gefühle. Die absolute Fülle, ich meine, wenn wir diese Karten hier sehen, hallo, der Stern, die Verbindung, die ehrliche, tiefe, gefühlte Verbindung und die Königin der Kelche, die absolute Feinfühligkeit. Und dann haben wir hier noch die Fische liegen, die sowohl genau für diese Verbindung stehen, vom Materiellen. Weil die Fische können natürlich auch das Materielle, die materielle Fülle sein. Aber die Fische stehen ebenso für das Emotionale, für die emotionale Fülle. Und hier geht es genau um beides, als würde beides auf einmal zusammentreffen. Was sage ich? Unfahrhaftes Geld. Also so kann es sein, dass sich auch das Materielle erreicht, ist aber verwoben. Die 27 reduziert sich auf die 9. Es geht hier möglicherweise um ein Angebot, um das Ende von einer Einstellung. Vielleicht mit der Unterschrift hier um einen Vertrag, der angeboten wird, der dir vorliegt. Vielleicht auch das, was du dir genau ansiehst, was dahinter steckt. Es geht hier wirklich um die absolute Fülle. In beiden Bereichen, emotional und materiell. Es geht darum, aus dem Mangel, sowohl aus dem Mangel des, sagen wir, Geldes, Materiellen, was auch immer, und aus dem Mangel von fehlenden Gefühlen, fehlendem Glauben rauszutreten. Könnte bei jedem unterschiedlich auch angelagert sein. Für jeden natürlich unterschiedlich. Also ich meine damit, es könnte sein, dass du eher derjenige bist oder diejenige bist, die im Materiellen einen Mangel haben. Oder aber du bist der oder diejenige, die emotional eher einen Mangel haben. Und bei dem Gegenpart ist dann das andere. Es geht hier um das häusliche, sichere Prinzip. Es geht hier um die Freude am Sein. Verbindungen, feste Feierlichkeiten. Es geht darum, zu erkennen, dass man jetzt feiern kann. Warum? Weil hier eine Verbindung sich zusammengeführt oder gefügt hat. Das Schicksalsrad aktuell sehr am Kurbeln. Nicht umsonst triffst du Menschen, die du vielleicht sogar so noch nie getroffen hast. Oder du siehst Menschen, die du vielleicht so noch nie gesehen hast. Mit den vier der Stäben kann es sein, dass du zu einer Gemeinschaft gehst, Feierlichkeiten, Festen oder zu einer Menschengruppe. Es könnte sein, dass es um häusliche Themen geht oder aber um Stabilitätsthemen. Etwas Positives wird sich daraus entwickeln. Vielleicht eine positive Nachricht oder etwas, was dich erfüllt oder deine Sorgen nimmt. Bekomme ich aber eher so im Kleinen, also vielleicht einfach ein Goodie on top. Muss nicht unbedingt mit dieser Verbindung etwas zu tun haben. Das waren zu viele. Eine Karte bitte auf den Mittwoch. Schlüssel. Auch hier, es könnte um Häusliches gehen. Es könnte um den Schlüssel gehen, um einen Schlüssel. Sowohl in Form von Botschaften als auch in Form eines Gegenstandes könnte es sein, dass du dich freust an diesem Tag oder in dieser Woche. Du wirst dich über etwas freuen. Du wirst merken, das ist der Schlüssel. Und du wirst es nicht als Schlüssel sehen. Und dadurch, dass du es nicht als Schlüssel siehst, also nicht dieses Um zu zu haben, sondern einfach dich freust. Und jetzt ist es der wahre Schlüssel. Denn der wahre Schlüssel ist das, wo du es einfach nur noch bist und fühlst. Und das ist der Unterschied zu all dem, was wir begehren und wollen. Es kommt darauf an, wer oder was bist du? Eine Veränderung. Eine Veränderung. Wieder die Neuen. Es geht um einen Abschluss. Es geht darum, dass du erkennst, dass etwas in deinem Leben zu Ende gegangen ist, bewusst gegangen ist. Das hatten wir nämlich schon letzte Woche, beziehungsweise auch in den kommenden 48 Stunden. Und entschuldigen, ich meinte auch die News zum Wochenende, die so gut ankommen. Es waren gar nicht die, ich glaube die auch, aber die News zum Wochenende. Schau sie dir an. Es ist etwas Großes passiert. Und das ist natürlich komplett unterschiedlich von der Auswirkung im Fühlen und Begreifen. Denn es kommt ja auf den Bewusstseinszustand an, in dem du dich aufhältst oder wie weit du dich mit dir selbst beschäftigst. Eine Veränderung, die wohlmöglich eine Bereise, eine Reise, einen Ortswechsel oder Besuch eines Ortes, Besuch von Bergen oder Städten, vielleicht auch einfach die, eine Stadt in der Nähe, die du aber vielleicht noch gar nicht so richtig erkundet hast. Ganz egal, worum es geht, eine Veränderung in dir, eine Veränderung mit dem Schlüssel in die Freude. Du merkst, du bist die ganze Zeit dabei, dich zu verändern, aber jetzt kommt hier noch etwas. Und es könnte sein mit der 4, dass es etwas zum Anfassen ist mit dem Schlüssel. Das heißt, eine Veränderung, die bei dir auf dem Tisch liegt oder wie auch immer zu dir kommt. Verschließe dich nicht deinem Potenzial. Donnerstag, drei, drei Karten. Und wieder einen König haben wir hier. Drei der Münzen, König der Stäbe und zwei der Stäbe. Es geht sehr viel um impulsive Gefühle, impulsive Ideen, Zusammenarbeit, neue Wege. Wie gesagt, möglich eine Reise, ein Ortswechsel, ein Besuch, wie auch immer. Eine Veränderung, vielleicht irgendetwas, was mit Kirche zu tun hat, bekomme ich auch nicht sehr heilige Städten. Vielleicht fährst du in eine Stadt, wo eine Kirche eine Rolle spielt. Oder Priesterschaften. Ich bekomme sehr viel Religion, Spiritualität. Ich kann es dir nicht sagen, irgendwie. Okay. Es geht um einen Ort. Und es muss nicht heißen, dass das weit weg ist. Aber es geht um einen Ort, an dem vielleicht sogar Bistümer, Kirchen, heilige Städten irgendwelche Bauten sind, die damals genutzt worden sind, um Wissen zu prägen, niederzuschreiben und nicht nur in der Kirche selber zu bauen. Das wird jetzt wieder sehr kryptisch. Nicht nur in der Kirche selber zu bauen, sondern es ging darum, etwas von Wissen in die Welt zu tragen. Und das vielleicht sogar versteckt. Oder es war wie ein Rat. Es geht hier um einen Rat. Einen Rat, der sich versammelt hat. Einen Rat, der sich versammelt hat. Was hat das mit dir zu tun? Leg es bitte auf dich persönlich um. Es geht vielleicht darum, dass du diesen Ort aufsuchst, dass du etwas darüber erfährst, liest. Ich nenne es aber wirklich eher als besuchen wahr. Oder aber du lernst etwas über den Ort, wo du schon lange lebst oder bist und erfährst ein bisschen mehr. Mehr über dich, mehr über dein Sein. Es kann sein, dass du einem Lehrer begegnest. Jemand, der dich einweiht oder jemand, der mit dem König des Feuers, der dir zeigt, was es noch mehr in der Welt gibt. Der wahre Schatz ist genau in der Mitte eines jeden Menschen. Es geht um Kronen, königlichen Herrschaften. Ich weiß es nicht. Leg es bitte auf dich um. Es ist eine kollektive Kartenlegung. Aber es hat sehr viel mit Altertun zu tun, mit Wissen, Weisheit, Glaube, auch tatsächlich sehr viel mit Spiritualität oder Religion. Mit einem König der Stäbe, den du aber natürlich am Donnerstag hier hast, wirst du Impulse erhalten, die du für dich umlegen kannst. Wichtige Impulse, die eine Sicht nochmal ganz machen. Und vielleicht sogar ein unerwartetes Angebot. Es muss nicht diese Person sein. Es kann eine andere Person sein. Es kann sich natürlich auch um dieselbe Person handeln, die vielleicht an dem Tag oder an einem Tag anders ist als sonst oder mehr Leidenschaft aufbringt. Da ist gerade sehr viel durchgekommen. Wir schauen mal. Klärungsparte bitte für den Donnerstag. Da bekomme ich das Storch rein. Wir haben den Storch wieder. Veränderung. Es geht Veränderung, Reise. Also ich bekomme es immer wieder durch. Neues. Überbringung von Nachrichten. Ich höre das Wort Plage. Vielleicht hat es wirklich auch was mit der Bibel zu tun. Keine Ahnung. Wie gesagt, leg es auf dich um. Was hat es zu bedeuten? Wichtig ist immer bei diesen Legungen, auf dich umlegen, zwischen den Zahlen zu lesen. Es geht um Verkündigungen, Ankündigungen, Ankündigungen für einen baldigen Staat bekomme ich. Baldiger Staat, baldiges Aufbrechen, baldiges Ereignis. Könnte auch sein, du bist zu einer Hochzeit eingeladen. Du bist zu... Also wirklich für jeden Unterschied. Ich bin zu einer Taufe eingeladen. Oh, da zu deiner eigenen Wiedergeburt höre ich. Wow. Wie gesagt, jeder auf einem anderen Stand. Worum geht es? Es geht um die Hauptperson und das bekomme ich hier wieder in... Wir haben ja hier oben schon mit der Person hier diese Seelenverbindungen, Seelenverwandtschaft liegen gehabt. Es geht hier um diese eine Verbindung. Es geht um eine andere Person. Eine andere Person kommt auf dich zu. Im neuen Licht mit einer Nachricht. Wie gehst du damit um? Was machst du damit? Schau es dir gut an, aber besonders fühle. Freitag. Da haben wir dann das perfekte Gegenteil. Wir haben nämlich die Königin der Stäbe. Und bei der Königin der Stäbe geht es um... Besonders um deine Energie, wenn du mir als Frau zusiehst, die sich transformiert, um zu erkennen, was man will. Man hat sich entschieden. Man hat hier mit der Königin der Kirche, die auch deine Energie ist, etwas genau angeguckt. Und hier trifft man eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, und das ist ganz, ganz wichtig, es geht um Frieden. Frieden in einem Selbst, Friede, Freude, Energie. Es geht um Licht. Es geht darum, etwas aus reinem Herzen zu machen und zu wollen. Und es geht darum, einen Standpunkt zu vertreten, höre ich. Einen Standpunkt möchte vertreten werden. Deinen Standpunkt mit absoluter Güte und Liebe gibst du eine Botschaft raus. Dein innerer kleiner Teufel, höre ich gerade, also diese Schattenteile, mit denen hast du dich intensivst auseinandergesetzt. Und diese geben Ruhe. Worum geht es bei der Königin der Stäbe? Um Transformation, um Heilung, mütterliche Prinzip. Das kann dir natürlich auch um ein Mutterthema gehen. Oder deine Mutter hat an diesem Tag irgendwie, ja, eine besondere Aufgabe, nimmt eine Rolle ein. Mit der 7 geht es hier um Vertrauen und Offenheit. Du blätterst in dieser Woche eine Haut ab. Du schließt etwas ab. Ein Mangel, deine Schattenseiten, Schattenthemen. Es geht darum, dass du mehr wissen willst, mehr erfährst und das wirst du. Es geht darum, dass du einen Kreislauf ganz klar erkennst und in eine neue Ära eintrittst. Ich höre, behalte einen kühlen Kopf. Behalte einen kühlen Kopf. Das ist ganz, ganz wichtig. Bezogen auf was? Ah, okay. Bezogen auf Gericht. Behördliche, gerichtliche Themen könnten in dieser Woche auf dich zukommen. Behalte einen kühlen Kopf. Es geht hier um deine Freiheit. Und das vielleicht im versteckten Sinne. Es wird sich alles fügen. Handle nicht. Beobachte. Habe einen kühlen Kopf. Und bleibe immer mit dem Frieden und der Güte in deinem Herzen präsent. Bedeutet, keine Machenschaften, keine Gier. Bleibe bei dir. Habe sich irgendwie geheimt. Okay. Die verfrachte ich mal gerade hier nach oben. Das sind die Hauptkarten, die hier noch uns begleiten. Ein Thema aus der Vergangenheit könnte zum Abschluss kommen, zum endgültigen Abschluss. Endgültig. Das heißt, die Gültigkeit ist abgelaufen, hat keine Relevanz mehr. Etwas Großes ist erledigt und wird auch vielleicht in der materiellen Welt hier komplett beendet. Zum Vorteil, Lernaufgabe bestanden, Abschnitt bestanden, beziehungsweise abgeschlossen. Auf zum nächsten Level. Das nächste Level wird erstaunlich. Bedeutet, sehr viel staunen. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Ganz ehrlich? Willst du auch nicht? Möchtest du nicht? Du möchtest dieses Gefühl. Es ist, als würde ein Tor sich öffnen. Und dahinter sind ganz viele Einhörner, Fabelwesen. Das Unmögliche kann möglich gemacht werden. Wunderbar. Die fünf, der Schwerter fallen runter, bedeutet die Auseinandersetzung, Streit. Also wir sind jetzt am Samstag, der Eremit, große Arcana, Innenschau. Wenn deine Gedanken dich überfordern und dich in Begrenzungen halten, dann darfst du tiefer blicken. Mit dem Eremiten darfst du dich mit dir selbst auseinandersetzen. Mit großen Fragen, großen Lebensthemen. Aber besonders mit deinem Selbst. Selbstreflexion, Meditation. Es könnte immer eine Mischung sein aus Gedankenkaos, Konflikten, auseinandersetzen. Vielleicht sogar, ja, mit gewissen, also sagen wir Familie, Freunde, ich weiß es nicht. Irgendwie hat man Meinungsverschiedenheiten. Die Antwort findest du in der Stille. Das kann ich dir sagen. Die Antwort liegt in der Stille und von dort wirst du geführt. Du wirst geführt werden. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Beobachte und behalte deinen Kinn. Verbindungen. Verträge, Abmachungen. Hinterlassenschaften. Schätze. Verborgene Schätze, die du auf den ersten Blick nicht siehst. Auch hier wieder die sieben. Also sieben und neun sehr präsent. Hier oben neun der Stäbe, neun der Münzen. Wir haben den Eremiten mit der neun. Wir, ja, haben die 18, reduziert sich auf die neun. Es ist das große Vertrauen, den du dich aussetzen darfst, wenn es darum geht, Verträgen zu vertrauen. Kreisläufen. Und hier bekomme ich wieder irgendetwas Königliches. Herkunft, Königlichkeit, Orte, die irgendetwas in dir auslösen. Worum geht es genau am Samstag? Es geht um die gute Ausgang in der Liebe. Also hab Vertrauen, auch wenn du hier, sagen wir gerichtlich, oder du Konflikte hast. Wie auch immer, hab Vertrauen, beobachte, behalte einen kühlen Kopf, gehe in Meditation. Im Innen findest du die Antwort und hab Vertrauen, denn etwas wird hier sehr, sehr gut für dich ausgehen. Es wird hier etwas abgeschlossen werden, beziehungsweise ist es schon und wie ein Siegel bekommst du wieder einen Freifahrtschein. Und wir sind ja bei Freiheit und Potenzial, denn mit diesem Schein bist du in der Lage, etwas Wundervolles zu kreieren. Und das betrifft nicht nur dich. Also hab Vertrauen in Verbindungen, in Freundschaften, Begegnungen, Liebe und all das, was sich dir jetzt zeigt. Wir schauen in den Sonntag rein. Letzte Karte dieser Woche. Wow, der Ton. Was am Ende. Der Ende. Der Ende. Der Ende. Das Ende. Kommt mit einem Knall. Könnte tatsächlich hier auch, ich sehe tatsächlich Gewitter, Blitze, Donner. Wetterumschwung, Umschwung in dir. Etwas schwingt sich um und Umschwung bedeutet auch, du veränderst deine Frequenz, du erhebst dich, du dehnst dich energetisch aus, du erweiterst dein Bewusstsein. Der Turm hat eine ganz besondere Aufgabe, denn nicht nur, dass du schon erkannt hast, du in was Neues geht, das ist der letzte Steinfeld, der dich festhält. Auch hier haben wir wieder eine Krone drauf. Krone, Krone. Mich zieht es immer zu den Kronen hier, auch mit den ganzen Personenkarten. Es geht darum, dass du den wahren Wert erkennst. Den wahren Wert. Sowohl von guten als auch vermeintlich negativen Dingen in deinem Leben. Es geht darum, dass du es erkennst. Große Erkenntnis. Ich bin gespannt. Was hat das noch zu tun? Klärung auf den Turm, bitte. Worum geht es beim Turm? Da fällt der Turm auf den Turm. Boah. Grenzüberschreitung. Für viele sehe ich, dass Übertreten einer Grenze, das kann sowohl im Spirituellen sein, dass du dich fallen lässt und zum Beispiel über die Grenze ins Feindstoffliche gehst, über die Grenze eines anderes Landes gehst, über deine eigene Grenze bezogen auf deiner Komfortzone. Das kann alles sein. Aber es geht hier darum, dass du aus deinem Gefängnis ausbrichst. Ausbruch aus deinem ganz persönlichen Gefängnis durch höchstwahrscheinlich eine Wunscherfüllung oder aber Seelenverbindung. Ja, die kommt mit raus, aber von meinem Puls ziehe ich noch ein. Es geht um dich, es geht um dein Sein, es geht um dein Potenzial, es geht darum, dass etwas Klick machst und du sagst, oh mein Gott, das habe ich nicht gesehen. Was ist passiert? Warum konnte ich das nicht sehen? Es ist doch so klar. Schau in die Sterne. Und wenn du in deine eigenen Sterne schauen möchtest, schau in den Spiegel in deine Augen. Es geht um das Glitzern in den Augen. Es geht um das Glitzern am Himmel. Es geht um das Glitzern in der Dunkelheit. Und ich habe das Gefühl, dass es in dieser Woche einmal sehr dunkel wird, damit du das Glitzern erkennen kannst. Es geht um deine persönliche Entwicklung, dein Potenzial. Du verlässt Mauern, in denen du dich gekonnt zurückgezogen hast, dir eingeredet hast, dass du etwas nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht in der Lage bist, nicht die nötige Energie hast. Es geht darum, zu erkennen, dass du immer eine Wahl hast. Dass du immer entscheidest. Und dass, wie gesagt, manche Dunkelheit das größte Geschenk überhaupt ist. Und das wirst du erkennen, das wirst du leben, erfahren. In dieser Woche geht es darum, dass du dich befreist von allen Hürden, die dein Potenzial dimmen. Es geht darum, dass du ein Angebot bekommst und dich mit diesem auseinandersetzt. Es geht darum, dass du einen Seelenverwandten oder Seelenfamilie zurückbekommen hast. Und es geht darum, zu erkennen, wo genau du jetzt hinsteuern möchtest oder geführt wirst. Diese Woche dient dazu, dass du erkennst, dass du gesegnet bist, dass du beschützt bist, dass du Menschen geschickt bekommst. Sowohl von dieser Welt als auch von den Sternen. Und es geht darum, dass du aufwachst. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen eine unglaublich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten Wochen, die letzten Tage sind sehr, ja fast schon wirklich magisch. Tauch in diese Energie ein. Wichtig ist, Vertraue. Es geht ganz viel um Vertrauen. Hab Vertrauen, dass du dort hinkommst, dass du dort landest, wo du hin sollst. Verschließe dich nicht Möglichkeiten, aber achte dennoch auf deine Intuition, sie wird dich leiten. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir einen unglaublich tollen Start in die Woche. Entfalse dein Potenzial und lebe deine Freiheit. Wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.